Und sein 34. Länderspieltor im 74. Entspannte Gesichter auf der Bank. Kleine Beratung zwischen Hansi Flick und Jogi Löw. Da wird es sicherlich dann der 2. Fiocchi, der Hamburger Junge, und David Odonko werden gleich hineinkommen. Spiel gegen Georgien. Odonko hatte von Beginn an gespielt. Malak in der 25. Minute, 0 zu 3, Schweinsteiger. Dann der Anschlusstreffer, oder das 1 zu 3, besser gesagt, von Wager. Und die endgültige Entscheidung. Die Erfolgsserie der deutschen Mannschaft weiß sich zu konzentrieren. Wusste von Beginn an, worauf es ankam. Und hat die Zähne übernehmen, das ist ganz klar. Klaus Eder strahlt. Der Physiotherapeut. Jogi Löw gemacht. Und so lösen wir das ein. Ja.